Die mangelnde Rechtssicherheit für das Recht hätten, dann wären wir nicht hier und Sie wären auch nicht da. Sie haben im Jahr 1918 sich gegen die gewendet, die ihnen nichts getan hatten. Wir beherrschen uns, die uns zu wenden, die uns 14 Jahre lang gequält und geteinigt haben. Sie sagen, die nationalsozialistische Revolution habe nichts mit Sozialismus zu tun, sondern der Sozialismus bestünde nur darin, dass man die einzigen Trägerin des Sozialismus in Deutschland, die SPD, verfolge. Sie sind wehleidig, meine Herren, und nicht zu dem die heutige Zeit bestimmt. Wenn Sie jetzt schon von Verfolgung und sprechen, was ist Ihnen geschehen? Sie sitzen hier und geduldig hörte man Ihren Redner an. Sie reden von Verfolgung an. Wer hat Sie denn bisher verfolgt? Sie sagen, Sie seien aber der einzige Träger doch des Sozialismus. Sie sind der Träger jenes geheimnisvollen Sozialismus gewesen, denn das deutsche Volk in der Wirklichkeit niemals zu sehen. Wirklichkeit auf my blazer relaxer fringel slacken ties an I not to look at you in the shoe but the eyes find the eyes find the eyes find me and follow me through corridors refectories and files we must fall leave this academic factory will find me in the matinee the dark of the matinee it's better in the matinee the dark of the matinee it's mine yes it's mine yes it's mine yes it's mine accidentally accidentally I charm you and tell you of the boys I hate all the girls I hate all the words I hate all the clothes I hate all the clothes oh I'll never be anything I hate you smile mention something that you like or how you'd have a happy life if you did the things you like find me and follow me through corridors refectories files you must fall leave this academic factory will find me in the matinee the dark of the matinee it's better in the matinee the dark of the matinee is mine yes